Malagenia von Karl Orff und Gunelt Kethmann. Bis heute ist dieses Stück ein Klassiker der elementaren Musikpädagogik. Veröffentlicht wurde es vor mehr als sechs Jahrzehnten bei Schottmusik als Teil der Sammlung Musik für Kinder. Wie erarbeitet man die Malagenia im Unterricht? Welche neuen Medien gibt es heute, 60 Jahre nach der Erstveröffentlichung? Das Orff Schulwerk neu entdecken von Rainer Kotzian gibt Antwort auf diese Fragen. 15 bekannte Titel aus Musik für Kinder werden als Video dokumentiert, in Stundenbilder eingebettet und mit kreativen Ideen angereichert. Die kostenlose App PlayOrff bietet Schülern und Lehrenden darüber hinaus viele weitere Möglichkeiten, die Stücke zu entdecken. So lassen sich Orffs Meisterwerke eigenständig arrangieren und erweitern. Ganz im Sinne Karl Orffs. Das Orff Schulwerk neu entdecken. Ein Buch von Rainer Kotzian. Jetzt bei Schottmusik.